Ihr glaubt, ihr kennt euren Vierbeiner? Ganz bestimmt sogar, aber wir wetten, dass ihr einige der nächsten Fakten über Hunde noch nie vorher gehört habt. Sagt uns in den Kommentaren, ob wir euch verblüffen konnten. Hier kommen 11 interessante Fakten über Hunde. Fakt 1. Hunde sind so intelligent wie ein Kleinkind. Klar, Hunde sind intelligent. Aber wusstet ihr, dass sie bis zu 250 Wörter verstehen und deuten können? Sie können sogar zählen und leichte Rechenaufgaben wie 1 plus 2 lösen. Damit sind sie ungefähr so schlau wie ein zweieinhalbjähriges Kind. Irre, oder? Fakt 2. Der offiziell älteste Hund der Welt wurde über 29 Jahre alt. Hunde werden im Durchschnitt 15 Jahre alt, abhängig von Größe, Gewicht und Rasse. Aber habt ihr schon mal von einem Hund gehört, der fast 30 Jahre auf dem Buckel hatte? Ich nicht. Den offiziellen Weltrekord hält seit fast 80 Jahren der Australian Cattle Dog, Blue Ray. Er wurde 29 Jahre und 5 Monate alt. Alter Schwede. Fakt 3. Vom Alter zur Größe. Auch hier gibt es wirklich Extreme. Der größte Hund der Welt ist eine deutsche Dogge. Sie misst 111 cm Schulterhöhe und das ist quasi so groß wie ein kleines Pony. Auf die Hinterbeine gestellt sind das weit über 2 Meter, das ist wirklich groß. Aber zum Glück sind deutsche Doggen besser bekannt als sanfte Riesen. Ach, und übrigens, Selbstbewusstsein hat nicht unbedingt was mit der Körpergröße zu tun. Fakt 4. Es gibt Hunde, die nicht bellen. Der Hund stammt vom Wolf ab und dem ein oder anderen sieht man das auch noch ein bisschen an. Und habt ihr Wölfe schon mal bellen hören? Hm, wir auch nicht. Aber Hunde tun es ja alle. Oder? Die Basengis sehen zwar nicht so aus, haben aber eine ganz ähnliche Eigenschaft wie ihre Vorfahren. Sie bellen nicht, sie heulen. Puh, Gänsehaut. Puh, Puh, Puh. Okay, reicht. Fakt Nummer 5. Hunde orientieren sich bei ihrem Geschäft an der Himmelsrichtung. Wissenschaftler haben tatsächlich herausgefunden, Hunde orientieren sich bei der Verrichtung ihres Geschäftes offenbar am Magnetfeld der Erde. Und das weist sie entlang der Nord-Süd-Achse. Warum sie das allerdings tun, ist weiter nicht bekannt. Haltet doch mal einen Kompass beim nächsten Häufchen daneben. Fakt Nummer 6. Die Hundenase ist ihr Fingerabdruck. Euer Hund ist unverwechselbar, schon klar. Aber kann man das auch anhand des persönlichen Fingerabdrucks beweisen? Logo! Bei uns Menschen sind es die Fingerkuppen und beim Hund ist es die Nase. Jede Form ist anders. Guckt mal ganz genau hin. Fakt 7. Ein Drittel der Hundebesitzer trägt ein Foto vom Hund mit sich. Ist das böse? Na, zählt ihr auch dazu? Laut einer Studie hat jeder dritte Hundebesitzer immer ein Foto von seinem lieben Hundefreund dabei. Und wenn schon nicht im Portemonnaie, dann auf jeden Fall auf eurem Handy. Fakt 8. Hunde sehen mit rot-grünen Sehschwäche. Es heißt oft, Hunde seien farbenblind und können nur schwarz oder weiß sehen. Das stimmt nicht. Das Farben sehen ist ähnlich ausgeprägt wie bei uns Menschen. Allerdings sind Hunde rot-grün farbenblind. Das heißt, sowohl rote Farben als auch grüne Farben werden von ihnen eher als gräulich wahrgenommen. Na sowas. Fakt 9. Hunde haben mehr Zähne als Menschen. Hunde kommen wie wir Menschen in der Regel zahnlos zur Welt. Aber das Milchgebiss eines Welpen zählt ganz acht Zähne mehr als das eines Kleinkindes. 28 Zähne. Ausgewachsene Hunde haben dann 42. Das sind sogar zehn Zähne mehr als bei Menschen. Fakt 10. Hunde sind schon seit 10.000 Jahren unsere Haustiere. Seit mehr als 10.000 Jahren werden Hunde als Haustiere gehalten. Und schon damals haben sie wichtige Aufgaben übernommen. Sie sollten zum Beispiel Schafe zusammentreiben oder das Eigentum bewachen. Auch heute noch unterteilt man viele Hunderassen in zum Beispiel Jagdhunde oder Hütehunde. Und es gibt noch viele weitere Jobs für sie. Fakt 11. Das Trinken von Hunden ist ein physikalisches Phänomen. Wenn Hunde trinken, wird es laut und ziemlich feucht. Das kennen wir alle. Sie schlabbern und meistens geht ganz viel daneben. Dass sie aber genug zu trinken bekommen, liegt an der hohen Geschwindigkeit, mit der sie das Wasser in ihren Mund schleudern. Diese Hydrodynamik ist höhere Physik. Es entsteht zwischen Napf und Zunge eine Wassersäule, die sie aufschnappen, in den Mund befördern und schließlich schlucken können. Na? Und? Kanntet ihr schon alle Fakten? Oder kennt ihr sogar noch mehr? Schreibt uns gerne eure Kommentare unter das Video. Vielleicht machen wir dann ja noch ein zweites Video. Und wenn ihr weitere spannende Hunde-News möchtet, abonniert einfach unseren Kanal. Tschüss, wuf und bis zum nächsten Mal.